Wenden wir uns nun der sogenannten musischen Erziehung zu. Dabei handelt es sich ebenso wie bei der Jugendbewegung nicht um eine feststehende Konzeption für Musikunterricht, in der Ziele, Inhalte und Methoden festgelegt wurden. Auch kann man keine einzelne Person oder einzelne Schrift als Grundlage benennen. Vielmehr ist die Weiterentwicklung der Gedanken zunächst eng mit der Jugendmusikbewegung, aber auch mit der Reformpädagogik verknüpft. Gleichzeitig muss man feststellen, dass einige der Gedanken sich in der Zeit des Dritten Reichs sehr gut mit den Ansprüchen an eine nationalsozialistische Erziehung verbinden ließen. Vielleicht noch erstaunlicher mag aber sein, dass die Vertreterinnen der musischen Erziehung nach dem Krieg den Faden an dem Ort, an dem er im Zuge des Nationalsozialismus verloren gegangen sein mag, wieder aufzunehmen versuchten. Es handelte sich also um ein über mehrere Jahrzehnte hin sehr einflussreiches Prinzip des Musischen, wie es Peter Schatt in seiner Einführung in die Musikpädagogik bezeichnet. Was genau sollen und können nun die Ziele einer ganzheitlichen musischen Erziehung eigentlich sein? Georg Götz bezeichnete dies 1934 wie folgt. Erstens Wiederherstellung der Einheit von Musik und Leben. Also nicht ein Leben in der Musik, sondern eine Musikalisierung des Lebens. Nicht eine Herauslösung der Musik als eines seligen Traumlandes oberhalb der Wirklichkeit, sondern eine Durchdringung, Steigerung und Federung jeder Wirklichkeit mit den Lebenskräften der Musik. Zweitens Wiederherstellung der Ganzheit in der Musik. Aufhebung des Gegensatzes zwischen Volks- und Kunstmusik. Erarbeitung einer Musiklehre, die den ganzen gewaltigen Baum aller Musikäußerung von der tiefsten Wurzelspitze bis in den höchsten Wipfel umfasst. Drittens Wiedereinsetzung des singenden Menschen als Grundmaß der Musik. Damit Abkehr von jeder Mechanisierung und Veräußerlichung des Musizierens und Hinwendung zu seiner verinnerlichenden und reinigenden geistig-seelischen Urkraft. Viertens Wiederherstellung der alten Einheit von Musik, Sprache und Bewegung. Wir betreiben im Musikheim nicht Musikerziehung, sondern musische Erziehung. Das heißt, wir zeigen unseren Schülern nicht nur Wege in die Musik, sondern darüber hinaus zu einer musischen Bewegtheit des ganzen Menschen. Wir betrachten die Musik nicht als abgesonderte Kunst, sondern stellen sie wieder in den Zusammenhang des festlichen Volkslebens, in die alte Einheit mit den anderen Künsten, aus der sie nur durch eine Spätzeit herausgelöst worden ist. Es geht hier also um Musik als Lebensinhalt, Erziehungsmittel und als Persönlichkeitsbildung. Peter Schatz stellt fest, dass auf diese Weise Erziehung und Bildung miteinander gleichgesetzt werden und ineinander aufgehen. Wer mit den rechten Dingen in rechter musischer Weise umgeht, wird zum Guten gebildet und eben dadurch zum Guten erzogen. Entscheidend ist, dass in der musischen Erziehung zum einen eine deutliche Kritik an der bürgerlichen Musik und Konzertkultur geübt wird, zum anderen das eigene Musizieren meist in Form des Singens überhöht als ein Heilmittel der zerrissenen menschlichen Seele angesehen wird. Über den Kulturoptimismus Jödes äußert sich Karl Heinrich Ehrenfort in dem Buch Geschichte der musikalischen Bildung im Detail. Die musische Erziehung knüpfte also an viele Ideen der Jugendbewegung und Reformpädagogik an. Gleichzeitig wurde hier der musikpädagogische Handlungsspielraum weit über das Schulische hinaus geöffnet. Jöde selbst bot offene Singstunden für Laien an, schuf nach seiner Berufung an die Staatliche Akademie für Kirchen und Schulmusik in Berlin 1924 die erste Jugendmusikschule, in der Kinder besonders minderbemittelter Eltern umfassend musikalisch ausgebildet werden sollten. Außerdem richtete er die erste Volksmusikschule ein, in der auch Erwachsene an offenen Sing- und Orchesterstunden teilnehmen konnten. Der Einfluss der musischen Erziehung auf die bildungspolitische Landschaft zwischen den beiden Weltkriegen lässt sich gut daran ablesen, dass die Berufung Fritz Jödes nach Berlin durch jemanden geschah, der wohl wie kein anderer in dieser Zeit die musikpädagogische Landschaft in Schule und Gesellschaft nachhaltig beeinflusst hat. Leo Kästenberg. Mit den Reformen, die Kästenberg maßgeblich mit einfädelte und die er durch die teils schwierigen politischen Gewässer der Vorkriegszeit manövrieren musste, beschäftigen wir uns im nächsten Video.